Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer aus Ungerhausen. Wir begleiten heute ein spannendes Projekt von Weiland und Alois Müller, das sich mit dem Thema innovative Quartierslösung beschäftigt. Im Mittelpunkt steht die Energy Unit, ein hochmodernes Energiemanagementsystem, das verschiedene Komponenten der Haustechnik intelligent miteinander vernetzt und den Betrieb optimiert. Und wie das aussieht, das erfahren Sie hier. Bevor wir aber zur Praxis kommen, geht es für uns und die von Weiland geladenen Handwerker mit dem theoretischen Teil los. Das Thema in den Vorträgen heute, innovative Quartierslösungen. Dazu gehört die Energy Unit. Sie koordiniert den Betrieb verschiedener Energiequellen und hilft, Energiekosten zu senken. Welche Vorteile die Energy Unit für das Fachhandwerk bringt, weiß Markus Schramm von Alois Müller. Der Vorteil der Energy Unit ist, dass sie schlüsselfertig ist. Wir haben ein schnittstellfreies Gewerk hier in sich. Das heißt Heizung, Isolierarbeiten, Elektroarbeiten sind abgeschlossen. Das ganze Produkt ist in sich schlüsselfertig und das heißt der SHK Betrieb hat einfach eine sehr schnelle und kurze Projektumsetzungszeit. Wie unterstützt denn die Energy Unit eine nachhaltigere Energieversorgung in Gebäuden? Ja also wenn wir hier das Beispiel nehmen, zum Beispiel von dem Projekt in Penzberg, da konnten wir allein die Gebäude-Energieeffizienz-Klasse von E auf B steigern, indem wir einfach nur durch die neue Wärmepunktentechnologie, die schlüsselfertige Wärmepunktentechnologie der Energy Unit schlussendlich die CO2-Emissionen von 84 Kilogramm pro Quadratmeter auf rund 32 Kilogramm pro Quadratmeter reduzieren konnten. Zudem schafft es natürlich auch wieder Platz im Keller, weil wir natürlich hier mit der Energy Unit ein eigenes fertiges Gebäude haben. Wie grün produziert denn Aldous Müller die Energy Unit und welche Vorteile ergeben sich daraus für den Fachhandwerker? Also wir produzieren hier am Standort in Jungenhausen komplett CO2-neutral. Wir machen das eigentlich durch ein cleveres Energiemanagement hier am Ort und durch den Einsatz vieler regenerativen Energien, gekoppelt mit einem cleveren Energiemanagementsystem, so dass wir einfach hier komplett CO2-neutral fertigen. Das heißt, wir haben hier ein Produkt mit einem sehr sehr guten CO2-Foodprint und das kann der Fachhandwerker natürlich über seinen Kunden nutzen und in allen Richtungen ausspielen. Neben der Energy Unit zeigen Alois Müller und Weiland heute noch weitere Produkte aus ihrem Sortiment. Wer mehr über die Energy Unit erfahren möchte, in der Videobeschreibung gibt es alle Infos. Ja, liebe Zuschauer, hier sieht man nochmal die endende Unit vor der Vorfertigung in der Green Factory und hier hinter mir sieht man dann das finale Endprodukt, wie es dann zum Kunden kommt und nur noch installiert werden muss. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns nun auch von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.